Herzlich Willkommen heute zu einer neuen Let's Play Serie und zwar ist das World of Warplanes da freue ich mich total drüber weil ich habe heute eine e-mail von denen bekommen dass ich jetzt offizieller Beta Tester bin nach zwei Monaten ja dann müsste irgend so Fragebogen ausfüllen wer es der erste über den Atlantik flogen ist und keine Ahnung irgend so ein Cup ja dann bekommen das irgendwann zugeschickt das ist noch eine Closed Beta das bedeutet es kann keiner noch keiner runterladen ihr müsst euch halt bewerben und so Sachen ja mein Nutzer Name ist wieder Domi547 dann gehen wir mal zu die Einstellungen Disconnect von Server Settings Control keine Ahnung Graphics okay mein Laptop macht leider nicht mehr nicht viel mehr wie diese bittere Grafik Gehen wir mal auf Advanced Settings Very High Enabled Very High High Very Far High Very High 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 Enabled Gamma keine Ahnung was Gamma ist Volume Hang net Hang net Spiel Bitte net Volume Okay und es geht weiter Volume Da machen wir mal einfach Ich denke mal 40% Dann machen wir mal hier 20% Ungefähr Und hier machen wir mal auch so viel Okay Auch wieder akzeptieren Fertig Battle Game 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 System Keine Ahnung Controls Attack Was ist denn das Push to talk Boah ist da viel Okay Muss ich mich einfach mal durchklicken Tech Tree Store Okay ja das ist Das Spiel ist der Nachfolger von World of Tanks Was ich nicht spielen kann weil irgendwelche Grafik Fails bei mir immer zu sehen Bei World of Tanks Das flimmer die ganze Zeit so So blöd Habe ich auch schon neue Grafik Treiber installiert und das und das und das Hat meine Grafikkarte kann es nicht liegen weil da läuft Modern Warfare 3 spiele ich online so auf 80 Frames ohne Aufnehmen mit Aufnehmen vielleicht so zwischen 50 und 60 Keine Ahnung Keine Ahnung Gut Ja dann schau ich mir mal das Flugzeug an Keine Ahnung Boeing Was hat es? Hitpoints 45 61 62 Okay das erste ist einfach das beste würde ich mal sagen Das ist ein Army Flugzeug Ja dann gibt es hier Deutsche Und es gibt Russische Kann man sich hier auch Ein paar anschauen Ja ist egal Das stört bis hin hier was es auch immer ist Hier im Store weiß ich jetzt nicht Ja nehme ich mal das hier Das Flugzeug hier und dann Kontakts Channel Standard Account Premium Account Gold Notification Keine neuen Flugzeug Kontakt Mal schauen ob es den gibt Wahrscheinlich Das ist nicht 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 main channel egal was ist das training training single battle standard battle standard battle okay aircraft type keine ahnung mal schauen players time exit battle uf joint battle kacke genau ich müsste noch auf deutsch anstellen wenn es überhaupt geht schaumama hr 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 Achso, das müssen ja alle ausfüllt sein. Aircraft by... Ah shit, jetzt kann ich es nicht mehr lesen. Ja, mach jetzt einfach mal hin, Spiel, äh... Es hat schon zweieinhalb Stunden gedauert, es down zu loaden und installieren. Es ist schon halb elf, eh. Es ist eigentlich nur spätes, aber ich muss noch Sachen erledigen. So, Schulstaff. Oh yeah, Domi 547. Holy shit, ich hab mal fast alle die gleichen Flugzeuge. Okay, ich glaub das war das russische oder deutsche. Shit, ich weiß es noch mal. Escape settings. Oh shit. Ich glaub das war schlecht, dass ich... Escape gedrückt hab. Ich weiß es nicht, aber ich denke das war schlecht. War das jetzt schlecht oder war das sehr gut? Okay, Fighter Mission. Intercept and Destroy Amini Aircraft. Oh, shit. Okay, Pitch down, Pitch up. B-b-b-b-b-b-b. Ah, left, right, active boost, fire, attack. Keine Ahnung Da können die das nicht mal auf Deutsch machen Setting Shit da hätte ich mein Gameplay Fuck Fuck Sag's doch gleich Hätte ich mein fucking Control äh Joystick von Deutschland entbringen müssen Nein hab ich nicht gemacht Fuck off Okay Autodetect keine Ahnung Controls Okay Ey wo bin ich denn da jetzt Right mouse Badroom escape Back to hunger Äh Dann mach ich doch einfach mal Äh Holy shit Wie kann ich denn da jetzt fliegen Ich hab minus eins Bin ich tot Oder was ist passiert Ich hab minus eins Ich glaub ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Okay Ich nehm jetzt das Flugzeug Ich hab grad überhaupt keinen Durchblick Mal schauen Mal schauen Na die Grafik Boah ich lieb das echt so Okay die Karte ist bisschen klein Aber egal Ich hab schon so lange Ich hab schon so lange kein Flugzeug Spielmaschinen Aber hier die die Das ist so Fuck Holy shit Fuck Fuck Die sind beide noch im Battle Inscheinend hat es noch nicht aufgehört Okay No Das war voll der eblig fail was ich hier grad mach Shit Komm jetzt noch einer mit seinem x-flugzeug da Oder was das auch immer ist Na 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 Boah jetzt haben wir voll die Leute das Battle verlassen Kommen drei Leute noch Einer mit einem Klasse 10 Flugzeug Einer mit einem Klasse 8 und einem 7 Flugzeug Heavy Fighter 4 Aircraft Career Base Fighter Fighter Ja einer noch Einer noch mit einer Klasse 10 Bitte 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 Für alle die dummen Spieler die hier warten Hallo Standard Battle The battle Lasts until all enemy Aircraft are destroyed Or one of the teams Ja Das bedeutet meine anderen zwei Flugzeuge sind es Jetzt Oh ja jetzt glaube ich gehts los Oder das Spiel ist abgestürzt Beides ist möglich Ich hoffe nicht Ich hoffe nicht dass das jetzt das Spiel war So Sieht ganz schlecht aus Leute da muss ich jetzt mal kurz hier Oh Windows Firewall meldet sich Was hatten die für Probleme Meine Mutter stinkt Ich brauch kein Windows Firewall Ah Okay das war jetzt irgendwie Fail Jetzt ist Das ist das Das ist das Beendet Weil die Windows Firewall Irgendwelche Störungen hat Genauso wie mein ganze Computer Genauso wie Windows Genauso wie mein Virenschutz Genauso wie mein Virenschutz Der bei 233 MB eine hohe Arbeitsspeicherbelastung feststellt Ja da können nicht immer einschlagen Ja da können nicht immer einschlagen Ja da können nicht immer einschlagen 233 MB von 8 GB sind viel Oh Disconnected Please log in again Was denn jetzt passiert Äh jetzt sind die anderen Flugzeuge von mir im Battle Na ja dann nehme ich das wieder Experience 6 Geil Alter Da habe ich jetzt Experience bekommen Dafür dass ich einmal abgestützt bin Das finde ich mal genial Komm Wir haben Einen Klasse 10 Flieger noch Oh ich glaube das wird zu langweilig das Let's Play Weil ich einfach nur Labe Labe Und Fail Naja Jeder fängt mal klein an in diesem Spiel Ja aber das ist ein Einblick in die Closed Beda Die es jetzt ungefähr schon ein Jahr lang gibt glaube ich Also das ist Richtig hart Warum es überhaupt von einem Online Spiel Ein Free2Play Spiel eine Beta gibt Keine Ahnung Komm Komm Fast 30 Spiele Das sind doch genügend Spiele Jetzt hör doch mal auf Das ist 40 Ja komm Sind es 40 Jetzt kann dir doch ein dummer Glas 10 Ding da rein kommen Bevor da 1000 Spiele sind Hallo Jawohl Harper Also voll gemein Die sind einer mehr World without War Okay Okay Der Albert Keine Ahnung wer das ist Okay Let's Fail again Was ist denn das da unten Ich glaube das da Target Not Locked Das daneben ist ähm Das sieht aus wie wenn das Magazin ist Wenn ich natürlich auch noch ein begrenzt Magazin habe Dann kacke ich ja hier noch mehr ab Boah ist der Sound laut Und Jo Puh I'm a Bomb plane Wie wenn du das nicht raus suchen könntest Kleiner Noob Das wird sich krankern das Flugzeug Ich will jetzt keine Tricks machen Nicht dass ich wieder sterbe Ich will ehrenhaft Was ist denn das? Was ist denn das T 2 F Das sieht ja bescheuert aus Ich will von einem Feind abgeschossen werden So wie es 6 gehört Hat er jetzt eine Rakete abgeschossen? Wenn ja Dann muss ich ihn jetzt leider töten Shit Ist das kompliziert Jetzt habe ich Shit Der hat mich voll erwischt Der erwischt mich voll Holy Shit Fuck Ich habe die Kontrolle verloren Mein Flugzeug ist tot Shit Fuck Ich kann immer fliegen Ich kann immer fliegen Ich kann immer fliegen Ich kann immer fliegen Okay Aber ich habe ja fast noch volles Leben Shit warum ist der gelb? Gelb hört sich scheiße Ah den habe ich ein bisschen Okay Ah das war mal voll der Treffer hier Holy Shit Holy Shit Also mit der Tastatursteuerung komme ich überhaupt nicht klar Was macht der Wengen? Den erwische ich Kleiner Noob Ich erwisch dich Wenn es das letzte ist Was ich in diesem Spiel tun werde Was ich in diesem Spiel tun werde Das wird sich krank an mein dummes Flugzeug Shit Zwei von meinen Freunden sind für tot Ich kann es nur ein bisschen schneller fliegen vielleicht Friendly base under attack Na ja wer schießt da auf mich Hier ist einer Hier ist einer Den hole ich mir jetzt Leichte gesagt wie getan Boah die Grafik Boah was Alter Ohne Mist Ich weiß Ich weiß jetzt aber Das ist Das ist ja übelst leckig Ich merke jetzt gerade dass ich Elf Frames habe Ganze Elf Frames Ich würde mal sagen Das fucking Spiel läuft auf meine internen Grafikkarte Fick dich Spiel Sowas macht man nicht Wie kann das 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 Langsamer werden Ich will auch langsamer werden Die haben wie ein Schafe mehr ey Hu 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 hu! Oh, fuck! Wie lang ist überhaupt so ein Spiel? Ich bin Platz 4, obwohl ich noch nichts gemacht hab. Ich graufe... Oh, das ist ein Haus. Das Haus graufe ich gleich, greife ich es mal lieber nicht an. Ich glaube, ich habe mit dem Fliegen zu tun. Okay, dann greife ich hier so ein Ding da an. Den hier, der gelb ist, den sieht man auch jetzt im Bildschirm. Ja, ob das denn die meine Kugeln, den um die Ohren fliegen. Shit, der ist jetzt getotet. Okay, dann greife ich jetzt den Bargott an. Ich werde jetzt volle Komme nicht sterben. Shit. Mein Flugzeug kackt ab, ich komme nicht hoch genug, um ihn zu erwischen. Was? What the fuck?! Wo kam der Zerven her? Ah, ich mach dich tot, Junge. Ich weiß nicht, wo sind die. Ich glaube, der schießt auf mich. Hab ich dich zerstört, du kleine Bitch. Haff ich mal einfach. Oh shit, voll erwischt ey. Shit, der schießt voll lecker nach für mich. Was passiert? Oh 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 oh. Attack! Fuck. Fuck, mein Ding brennt. Mein Ding brennt. Oh shit, raucht es. Alter, jetzt krieg ich dich. Oh shit, das darf ich bestimmt nicht sagen. Das ist bestimmt böse. Kleiner. Kleiner, guter Spieler. Komm, letzte Angriffszene. Uh, das war aber knapp. Jawohl, ich hab gewonnen. Oder so ähnlich. Hab ich jetzt gewonnen. Ja. Sieht so aus. Ich glaub, da spiel ich jetzt einfach noch eins. Ja. Oh god. Und dann beim nächsten Let's Play stelle ich da mal, wenn ich's nicht vergesse, ne das das vergesse ich nicht, das stelle ich gleich um. Stelle ich um auf die, ähm, auf meinen Video Hochleistungsgrafikprozessor mit Übertaktung. Und dann, Alter, der läuft nicht, da bin ich mir sicher, dass der nicht läuft. Und das ist natürlich shit. Wow, was ich hier für Wörter verwende, Alter. Egal. Was ich so was machen würde, wäre, vielleicht geht das jetzt sogar so eine In-Cook-Bit-Ansicht. Ne, geht nicht. Okay, dann fliegen wir mal wieder eine Runde. Ich bleib jetzt einfach mal neben dem hier. Boah, ist der langsam, ey. Er hat auch das deutsche Grön-Ding da erwischt, ey. Was macht denn der? Boah, ist fliegig Windschatten. Oh, ich bin Kunstflieger. Ah, da, da ist ein Feind. Den greife ich jetzt auch an. Das sieht aus wie eine Fabrik. Das sieht aus wie eine Fabrik. 75%. Oh, ja, Gott sei Dank habe ich jetzt nicht den Felsen erwischt. Boah, Alter, das Ding ist doch ein Einzylinder so langsam wie das liegt. Was immer diese Grafik-Nachladen-Dinger sind, verstehe ich nicht. Boah, Alter, das sieht aus wie ein Einzylinder ist ja. Boah, Alter, der ist viel zu hoch für mich. Boah, der Flugzeug hört sich an wie ein Kackdreck. Okay, auf den ziele ich jetzt mal. Das ist weit genug entfernt, da kann ich auch noch schön beschleunigen. Mein Team ist am gewinnen. Ey, der reißt ja aus. Ziele ich halt mal auf D. Ich verstehe immer nicht, was das vor dem Geld markierten Nummer ist. Und da habe ich nicht verpasst. Und da habe ich nicht verpasst. Das ist keine Chance, jetzt 2 gegen 1 und ich bin Pro. Ey, fuck. Das war zum Beispiel jetzt... Keine Ahnung, was ist das? Muss ich den ganzen Weg da wieder zurückfliegen? Nee, ey, das ist ja jetzt kacke. Da neben mir. Hier müsste es einer sein, ja. Der fliegt hier durch den Canyon. Oh, was war denn das? Warum kann ich ihn immer nicht steuern? Wahrscheinlich ist das wieder ein Kack-Fail von meiner Juste. Okay. Ah, sagst du da dazu. Kleiner Bob. Ah. Reiß aus vor mir. Hm. Da ist er. Hey, ich verstehe das nicht. Ah, der wird gut eingeheizt. Das sehe ich, klar. Okay. 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 Ja, wir schnort da hin, ey. In meinen Einzylinder. Da macht er nix. Ja, ich will ihn töten. Shit. Der Ding ist zu langsam. Nein, jetzt ist er zu hoch. Fuck. Das ist der Einzige, der noch üblich ist. Den will ich. Da ist er, jawohl. Nein. Und gewonnen. Das war ein spannendes Battle. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.